Schau mal, die zwei können nicht mal mehr ihre Sachen zusammenräumen. Die rufen ich jetzt an. Jetzt pass mal auf. Ja, Mama? Ja, wo seid ihr denn? Unterwegs. Wieso? Kaum hast du eine Freundin, treibst du dich wieder nur rum. Wieso hast du angerufen? Schläft die jetzt öfter bei uns, sag mal, oder wie? Weiß ich nicht. Wieso? Ihr habt nicht nur euer Bett gemacht. Wie stellst du dir das vor? Mach ich nachher noch. Nee, das hab ich jetzt schon gemacht. Brauchst du nicht mehr machen. Okay, bis später. Ciao. Nee, 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 nee. Du drückst mich nicht weg. Was ist denn mit dir los, mein Freund? Was ist denn? Soll ich ihre Wäsche jetzt mitwaschen, oder wie? Ja, kannst du machen. Die trägt ja Stringtang. Da stehst du auf sowas. Okay, ciao. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Also sowas hässliches stinkt, du Saulo. Ui, ui.